Die Brücke am Tai von Theodor Fontane, gelesen in Deutsch für LibriVox.org von Sarah Kilcher Die Brücke am Tai Wann treffen wir drei wieder zusammen? Um die siebente Stunde am Brückendamm, am Mittelpfeiler. Ich lösche die Flamm, ich mit. Ich komme von Norden her, und ich von Süden, und ich vom Meer. Hei, das gibt ein Ringel rein, und die Brücke muss in den Grund hinein, und der Zug, der in die Brücke tritt um die siebente Stunde, Ei, der muss mit, muss mit. Tant, Tant ist das Gebilde von Menschenhand. Auf der Norderseite das Brückenhaus, alle Fenster sehen nach Süden aus, und die Brücknersleut ohne Rast und Ruh und in Bangen sehen nach Süden zu, Sehen und warten, ob nicht ein Licht übers Wasser hin, ich komme, spricht. Ich komme trotz Nacht und Sturmesflug, ich, der Edenburger Zug. Und der Brückner jetzt, ich seh einen Schein am anderen Ufer, das muss er sein. Nun, Mutter, weg mit dem bangen Traum, unser Johnny kommt und will seinen Baum. Und was noch am Baume von Lichtern ist, zünd alles an wie zum Heiligen Christ. Der will heuer zweimal mit uns sein, und in elf Minuten ist er herein. Und es war der Zug, am Süderturm keucht er vorbei, jetzt gegen den Sturm. Und Johnny spricht, die Brücke noch, aber was tut es, wir zwingen es doch. Ein fester Ketzel, ein doppelter Dampf, die bleiben Sieger in solchem Kampf. Und wie's auch rast und ringt und rennt, wir kriegen es unter, das Element. Und unser Stolz ist unsere Brück, ich lache, denke ich an früher zurück, an all den Jammer und all die Not, mit dem elend alten Schifferboot. Wie manche liebe Christfestnacht hab ich im Fährhaus zugebracht und sah unsere Fenster lichten Schein und zählte und konnte nicht drüben sein. Auf der Norderseite das Brückenhaus, alle Fenster sehen nach Süden aus, und die Brücknersleut ohne Rast und Ruh und in Bangen sehen nach Süden zu. Denn wütender wurde der Windespiel, und jetzt, als ob Feuer vom Himmel fiel, erglüht es in niederschießender Pracht überm Wasser unten, und wieder ist Nacht. Wann treffen wir drei wieder zusammen? Um Mitternacht am Bergeskamm, auf dem hohen Moor am Erlenstamm. Ich komme, ich mit, ich nenn euch die Zahl, und ich die Namen, und ich die Qual. Hei, wie Splitter brach das Gebälk ins Zwei. Tant, Tant, das Gebilde von Menschenhand. Ende der Ballade Diese Aufnahme befindet sich in der öffentlichen Domäne. Entf., wieah und Blut ist eine ancora?- ... … ... Per laku,